Vergiss alle anderen Visualisierungstechniken und fokussiere dich nur auf diese eine Visualisierungsmethode, die du in den nächsten Sekunden lernen wirst. Denn diese Methode hat das Potenzial, dein Leben tausendmal so stark zu verändern, wie jede andere Technik, die du da draußen genannt bekommst. Diese Visualisierungsmethode habe ich von einem meiner wichtigsten Mentoren kennengelernt, da er diese in seinem Leben sehr intensiv praktiziert hat und damit in seinem Leben unglaubliche Resultate auch erzielen konnte. Also deswegen an dieser Stelle einmal Danke an David. Das ist eine geniale Methode und die möchte ich jetzt einmal mit dir teilen. Bei dem Konzept der Visualisierung spreche ich in diesem Fall von Visualisierungen, die wir machen, um uns unseren Erfolg vorzustellen. Das heißt, jeder große Motivationstrainer und Erfolgstrainer wird dir irgendwo mal eine Übung mitgegeben haben, dass du die Augen schließen sollst und dir vorstellen sollst, wie dein Traumleben aussieht. Also stell dir dein Traumhaus vor, der Traumort, an dem du lebst, deine Traumfrau, dein Traumauto usw. Also schöne Dinge, positive Dinge. Wir wollen also mit diesen Übungen versuchen, die Realität, die wir in der physischen Welt erreichen wollen, schon in unserem Geist mental abzuspielen und es so detailliert wie möglich zu visualisieren. Also uns in der Situation zu visualisieren und das dann mit einem Gefühl der Positivität zu koppeln. Denn die Emotion ist letztendlich das, was die Realität hervorbringt. Nur das Visualisieren, also das Gedankenspielen, das wird nichts in dir verändern. Du musst also, wenn du dieses Traumleben von dir siehst geistig, auch das Ganze fühlen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Das, was die meisten Menschen total vernachlässigen, ist die Negativvisualisierung. Und diese hat so viel mehr Potenzial, tatsächlich etwas in dir zu verändern, weil es eben nicht suggestiv ist. Also du nicht nur versuchst, irgendwie schöne Bilder in deinem Kopf zu malen, sondern du malst bewusst negative Bilder in deinem Kopf. Denn die Krisen, also die Challenges, die Herausforderungen, die harten Zeiten in unserem Leben sind die Zeiten, in denen wahre Transformation, wahres Wachstum stattfindet und wir auf unserem Weg der Persönlichkeitsentwicklung weiterkommen können. In der Regel müssen wir aber warten, dass solche Krisenzeiten in unserem Leben passieren. Und wenn diese dann passieren, dann sind die unglaublich hart und sie können dafür sorgen, dass wir tatsächlich in einer Depression landen, dass wir in Energielosigkeit landen und dass wir unseren Glauben, unsere Motivation und unsere innere Kraft komplett verlieren, weil diese Herausforderungen manchmal einfach zu schwierig sind für uns. Wir können also durch eine mentale Vorprobe mit Hilfe der Negativvisualisierung diese Krisen und Herausforderungen schon einmal durchleben, ohne tatsächlich der physischen Gefahr ausgesetzt zu sein. In der Negativvisualisierung stellen wir uns also nicht vor, wie der Optimalzustand unserer Zukunft ist, sondern was passiert, wenn alles schief geht? Was passiert, wenn du alles verlierst? Was passiert, wenn alles, was du probierst, dir genommen wird? Wenn es scheitert? Was passiert, wenn du wieder komplett bei Null anfangen musst? Und das sind keine allgemeinen Fragen, sondern diese beziehen sich 100% individuell auf deine aktuelle Lebenssituation. Du willst dir also alles anschauen, was du in deinem Leben hast und bewusst visualisieren, was wäre, wenn einzelne dieser Teile deines Lebens oder alle Teile deines Lebens plötzlich weg sind oder sich auf eine Art und Weise verändern, wie es dir eigentlich eher weniger gefällt. Das bedeutet, was, wenn du den Job oder das Business, was du jetzt gerade hast, verlierst? Was, wenn es bankrott geht? Was, wenn du in einer niederen oder schlechteren Situation am Ende landest? Gleiches mit Beziehungen. Was, wenn du gewisse Freundschaften plötzlich nicht mehr hast? Was, wenn deine Beziehung mit deinem Partner zugrunde geht und ihr euch trennt? Was passiert, wenn deine Gesundheit, so wie sie jetzt gerade ist, nicht mehr sich halten kann? Das heißt, du krank wirst. All diese Dinge sind relevant bei der Negativvisualisierung. Denn so kannst du einmal dein ganzes Leben ausleuchten und tatsächlich mal verstehen, was du tun würdest in diesen Situationen. Das, was diese Technik so unglaublich mächtig macht, ist, dass wenn du diese Visualisierungen durchführst und sie wirklich stark visualisierst, auch die dementsprechenden Emotionen dazu fühlen willst. Und diese Emotionen sind dann Angst, Stress, Wut, Kummer, Scham. Also alles niedere Bewusstseinszustände, mit denen wir, also unser Verstand, eher gesagt, sich nicht beschäftigen möchte. Aber wenn diese Dinge in deinem Leben auftreten würden, in der Realität, würdest du so oder so mit diesen Emotionen konfrontiert werden. Du trainierst dich also dafür, erst mal mit diesen Emotionen besser klarzukommen. Und oftmals wird es dann sein, in der Negativvisualisierung, in der Übung selbst, dass die Emotionen hochkommen und du die Übung abbrechen willst. Weil dir plötzlich erst mal klar wird, wie intensiv diese negativen Emotionen sein können und dass du überhaupt keine Kontrolle über diese hast. Du willst aber die Kontrolle darüber bekommen. Und das Zweite, was du lernen wirst, durch die Praxis der Negativvisualisierung, ist, dass egal was passiert in deinem Leben, egal wie schlimm es wird, du schon irgendwie klarkommen wirst. Du irgendwie immer eine Lösung finden wirst. Du immer einen Plan B haben wirst. Und das ist für dein Leben, für deine Lebenssituation ja gerade praktisch, weil du für alles, was in deinem Leben jetzt gerade da ist, einen Ausweg hast oder eine Alternative hast. Und wenn dann der Moment auftritt, musst du nicht erst darüber nachdenken, was du machen kannst, sondern du bist jetzt bereits auf jedes Szenario vorbereitet, ohne Wenn und Aber und kannst somit auch bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen. Mit dieser Katastrophenvisualisierung baust du also eine Basis, in welcher du Neutralität für deine Emotionen schaffen kannst. Denn wenn du in der Lage bist, neutral im Angesicht von solchen schlimmen Zuständen zu sein, die du eigentlich vermeiden willst, wird es dir viel leichter fallen, positive Dinge zu visualisieren. Denn du wirst jetzt all die Kraft haben, die dir eigentlich durch die Angst, durch den Stress, durch die Wut und so weiter genommen werden würde, wenn deine gewissen Situationen sich nicht so entfalten und weiterentwickeln, wie du es gerne hättest. Soweit du das Thema also erledigt hast, kannst du all die Energie nehmen, um viel besser deine gewünschte Zukunft zu visualisieren und das dann auch mit den richtigen Emotionen in voller Fülle zu fühlen. Und das wird dein Leben extrem verändern und vor allem nachhaltig dafür sorgen, dass du ein offenes Bewusstsein behältst, was dir letztendlich auch mehr Macht in dieser physischen Realität gibt. Gerade für den Anfänger ist diese Übung eher nicht für den Morgen, nach dem Aufstehen, oder für den Abend vor dem Schlafengehen geeignet, da sie natürlich sehr intensiv ist und viele ungewollte Emotionen in dir hochbringen kann. Also entweder kannst du dann dafür sorgen, dass du danach keine Lust mehr auf den Tag hast, oder es bringt dich abends dazu, dass du nicht mehr einschlafen kannst. Also würde ich mir innerhalb des Tages ein Zeitfenster suchen, wo du diese Übung bewusst praktizierst. Du schreibst dir einmal vorher auf, was alles in deinem Leben gerade da ist, was deine Ziele sind, was du erwartest von der Zukunft und anstatt jetzt die positiven Dinge zu visualisieren, das genaue Gegenteil zu visualisieren. Was, wenn alles schief geht? Und das wird dich viel näher an das bringen, was du wirklich bist, an deine wahre Essenz, an die Kraft, die dir innewohnt, die unabhängig ist von den Dingen, die du im Äußeren erreichen könntest. Und dann kannst du diese Übung gerne mal für 10 Minuten, für 20 Minuten, für 30 Minuten machen und du wirst schon nach wenigen Tagen merken, wie sich dein Bewusstsein und dein Horizont massiv erweitert und du viel weniger von äußeren Situationen, von Schwierigkeiten und von Herausforderungen berührt wirst. In diesem Sinne, nutze diese Technik einfach mal für dich und mich würde es sehr interessieren, wie die Technik für dich funktioniert hat, nachdem du sie gemacht hast. Lass mir dafür gerne mal einen Kommentar da und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal.